Ja, hallo und herzlich willkommen, YouTube, bei euren... German Insiders! Genau, ähm, nicht wund... äh, ja, wir spielen jetzt gerade ein... Wir spielen Mielekraft, wir beide zusammen, das nennt sich auch LPT. Oder Let's Play Together. Ähm, ja, ähm, was soll man dazu sagen? Ähm, die wird jetzt ausnahmsweise mittwochs ausgestrahlt. Weil wir ja Montag erst angefangen hatten mit dem Infovideo. Genau. Und der gute Erzieher. Oder Startprobleme hatte. Nein, das machst du nicht. Ähm, ja, Startprobleme halt. Dauernd abgeschmiert und so. Und, ja, aber... Ähm, alle guten Dinge sind drei, würde ich sagen. Obwohl wir gerade beim fünften Anlaufsendauer haben. Äh, ist ja auch egal. Nicht schmiert. Aber... Und wir hier... Ich hätte da so drinnen vorgeschlagen. Warte. Ähm, ja, das ist okay. Und deswegen haben wir auch schon Häuschen zu. Und... Ja, das war's eigentlich. Das ist cool. Ach so. Wollen wir hier so? Ja, hier so rein, würde ich sagen. Ja. Gut, ich mach mal ne Workbench. Mache das. Ja. Was man auch dazu sagen kann, das wird eigentlich... Eigentlich kommt es ja... Huch, immer montags. Aber wir haben das halt jetzt mal als Ausnahme halt, weil wir für morgen, nicht für heute, ja, nichts anderes hatten. Na, so kann man das auch wieder nicht sagen, aber... Na, halt... Weil ich's verkackt habe, sagen was mal so. Ich hatte halt aufnahme Schwierigkeiten. Die verkehrte Taste gedrückt. Ja, das kann man auch meinen. Und abgeschmiert ist auch. Also, nicht wundern. Ich mach dir ne Steinspitzhacker, dann gehst du... Äh, Holz... Ne, Steinachs, dann gehst du Holz rein? Ähm, ja, ich hab auch ne Workbench, aber ist egal. Ne, ne, hau rein. Gut, dann gehst du schon mal Holz rein und ich brauchst du die... Ich hab's selber zu erinnern, aber... Ich hab's ja noch... Ne, ich hab's ja mal eine wiedergekündigt, mir mal eine wieder. Du wolltest grad sagen, falls was findest. Wenn du was mit Eisen findest, dann markiert irgendwie. Jo, würde ich machen. Ja, und... Wir sind alle kurz von Verhungern. Und ich wette... Scheiße. Och, Gott sei Dank. Schwerf hast du... Ja, vier Herzen. Ihr seht alles, vier Herzen. Und ich kann mich leider nicht regenerieren. Von Nies. Ja, ich hab's ja jetzt und man muss immer auf Risiko leben. Alles oder Pussy? Ja, würde ich vorschlagen. Ne, ähm, schon ein bisschen in Nachricht. Später in den Höhlen muss man schon echt vorsichtig sein. Ja, später. Später, später. Und, ja, was gibt's eigentlich noch zu sagen? Halt, mein Kraft anfangen. Total langweilig, oder? Ja, oder aber muss halt gemacht werden. Ja, auf jeden Fall. Ja, es werden vielleicht auch mal Gäste kommen. Oder es kann man das so sagen? Ja, Gastauftritte, sagen was du, Gast. Ja, halt, dass die halt mal zu uns zum Besuch kommen und dann einfach mal so sagen, hey, ich will ein kleines Zimmerchen. Aber das wird erst später, später, später sein. Ja, Folge 300, oder? Folge 300, bis dahin haben wir schon keine Ahnung, was gemacht. Nein, verdammt. Äh, sowas Großes werden wir nicht machen, oder? Ne, wir werden erst mal unser kleines Hütchen bauen. Ein Höllenportal. Höllenportal kann man mal zergießen. Ja, vielleicht werde ich auch irgendwann noch ein paar Plugins draufknallen hier. Oder du, je nachdem. Ne, gerade läuft er, wo gerade sagen, gerade läuft er noch über meinen. Ja, gerade. Weil bei mir gibt's Startspieligkeiten. Keine Ahnung, was los ist, aber ist schicklerisch. Ja, ich will das noch hin. Ja, Kohle erstmal gefahren. Das ist schön. Also soll ich jetzt Holz suchen gehen? Holz wäre erstmal ein bisschen vorteilhaft und und bringen am besten Paufen, Sepplings mit. Noch ein Wunsch. Ne, das war's dann. Schießbürger oder so. Oh, ja, Schießbürger wäre gut. Ja, na, was ist noch alles. Es gibt mir die zum Armbrot, wenn wir gerade zu essen sind. Boah, Nudeln. Alter, bei mir gibt's Stolle. Bei mir gibt's Stolle mit Frigadellen. Oh, schmeckt da noch lecker, alter, die Frigadellen, alter, oh, lecker. So, ne, Mom's Flammkuchen, kennst du Flammkuchen? Flammkuchen? Ja, Flammkuchen. Nur sagt mir doch nicht. Mom kennt das niemand Flammkuchen. Echt mal schreibt man, komm und ob ihr Flammkuchen könnt. Ja, hab ich euch zum ersten Mal. So ging es mir auch. Wie soll ich sagen, es ist Pizza? Heute da schmand drauf und ich bräuchte mal ein paar Fackeln. Okay, schon. Okay, schon. Okay, man kennt sich den Schmand. Ich kenne Schmalz, aber kein Schmand. Ich kenne nicht mal Schmand, naja, gut, das ist nicht jedermann Sache. Aber wenn du mal zu mir kommst, muss man auch mal Flammkuchen machen. Voll lecker. Ja, genau, würde ich jetzt auch verschlagen. Aber muss dann mal wieder mal zu mir Penn kommen, dann machen wir Flammkuchen. Dann nehmen wir auf, wie wir Flammkuchen machen. Genau, und stellen das alles nochmal hier hoch, damit du auch Flammkuchen machen kannst. Wir sind ja in die Oberprost. Genau, wir sind die besten Köche Deutschlands, müsst ihr wissen. Ich wollte gerade fragen, bist du nicht bei Kochen und Backen und da jetzt in der Schule, aber... Ah, ne. 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 Das muss man eigentlich schon können. Das kann man nicht in der Schule lernen. Ah, Flammkuchen kann ich machen, das ist kein Problem. Flammkuchen, ja, Flammkuchen ist Flammkuchen, würde ich sagen. Aber ist ja auch eigentlich gerade drin. Ja, äh, ist ja lecker, aber ist es lecker, wenn man sich über Essen unterhaltet. Äh? Äh, okay, ich habe erst vorhin gegessen, deswegen kriege ich jetzt leider keinen Hunger. Ja, ich habe noch nicht gegessen. Äh, ich sag jetzt schon mal eins, zähle Holzes für mich. Hä? Ich sag, das Birkenholz ist für mich. Die Bono-Zusahmeinhaus. Ja, ich weiß, was ich meine jetzt. Das gefällt mir besser als der Standard. Na, was hast du so für ein Technischer? Ja, ich habe gar nichts, ich habe das normale, habe noch zu tun. Na, ich habe das Disco. Ja, Disco. Disco, 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 Disco. Wir können doch einfach in Kommens schreiben. Und für ein Spezies genommen, blablabla. Kein Honeyball, oder doch Honeyball. Nein, das ist egal. Irgendwann so viele. Ja. Ja, guck mal einfach mal. Ja, und, äh, ich sag nur, at Wettbewerbs. Könnt ihr uns gerne welche schicken? Oder wir suchen uns einfach Fächer aus, wenn ihr wollt, aber das jetzt später dazu. Du musst wegen der Lava aufpassen. Lava. Ich denke, ich werde nicht mal drin schwimmen. Warte, ich kümmer voll ganz schnell, aber das Zeug von dir. Ne, ich spring da doch nicht rein. Ich habe mir mal das überlegt. Ich bin kurz vorm Verhungern. Wie, doch. Wenn wir mal ein Bett haben, können wir ja immer sterben gehen. Das habe ich doch halt immer gerne gemacht. Also jetzt ist er halt, wenn ich meine halt, wenn man fast am Verhungern ist, kaum, damals gab es noch keine XP, da geht man einfach mal sterben, hat man wieder volles, ähm, isst man und aus. Das, ah, das macht nicht, das kannst du mal. Ich bin ja vorhin schon krepiert fast. Also, werde ich das mal lassen. Ja, wir müssen uns wieder umgucken, ja? Ja. Wird erstmal so ein bisschen Holz ausreichen? Ja, klar, reicht erstmal. Also ein bisschen, dass wir so ein bisschen haben, wirst du? So ein bisschen. So ein bisschen, dass wir ein bisschen haben, ey, ich hab's mit Deutsch. Äh, kleine Frage, habe ich jetzt schon Hallis oder war da gerade wirklich da hinten, so da, wo ich gerade mit meinem Fragenkreuz da so hinzulege? Da war doch gerade ein Schwein. Den GSK? Ähm, ja, ich weiß ja nicht, ob ich Hallis hatte oder nicht, also. So, das hast du schon wieder genommen. Aber da hinten ist ein Dschungel. Aber das will ich schon. Na, ich auch, aber. Da können wir später mal hin, vielleicht finden wir was. Genau. Imaginäre Brückeleiter. Hm. Ich komme jetzt mal ganz schön nicht angelaufen, ich kann ja nicht rennen. Machen Ruhe. Machen Ruhe, nichts an, das hätte zu sagen. Ja, was ist das? Wird uns gelett, kommt, bin ich auch tot. Machen Ruhe, Alter. Machen, sterben Ruhe. Ja. Stell leise, qualvoll und in Ruhe. RIP, wahr? Ja. Dann stelle ich um so ein Kreuzeln und dann steht Schreie, dann RIP. Lass mal wirklich machen, wenn einer von uns stirbt, oben auf dem Berg zum Kreuz. Nee, da war ein Sturm. Ach, nein, so auf dem Berg hoch. So, guck mal, wenn er da, wo er gestorben ist, du sitzt ihn auf Rio de Janeiro oder was? Ja, mal, komm, komm, wir, guck mal, guck mal, warte mal, die kennen wir ja, warte, guck mal mit. Nee. Hier so oben ganz, ganz viele Kreuzel im Bau, immer wenn, immer wenn einer stirbt, kommt hier oben in Kreuzeln. Und dann noch so ein Schild dran, ja, starb in der und der Folge. Und hier stand, ich meine, starb durch das und das und der Art, bist du? Jo. Ach, genau, ich kann ja da oben erstmal Bäume pflanzen. Ja, ich hab hier schon ein bisschen angefangen. Ah, da, wir wollen da anfangen. Hallo? Hallo. Hallo. Günter. Ähm, ja. Du mal zum Thema zurück, wann fängst du nächstes Mal bei mir? Äh. Oh, nein. Nass' mal mal gucken, oder? Äh, all da, äh. Ach, äh. Wurde sich gar nicht, wenn ich Zeit habe. Ich habe das Wochenende erst mal gar keine Zeit, deswegen wird auch, weil du jetzt lästest morgen hoch, also Mittwoch, ne? Du läst das Mittwoch hoch, ne? Also diesen Jahr. Donner, so, dann wird morgen kein Seko 2 kommen, weil ich, da, es tut mir leid, aber ich muss zur Hochzeit, sollte ich sagen. Kei zu einem Anzug, oh. Alter, ne, nicht mal, das ist das Geile. Na, nicht mal. Noch nicht mal, mein Vater ist halt cool. Ah. Es ist nicht gegen andere Väter, aber. Mein Vater ist so cool, Junge. Ah, Schwein, Schwein, Schwein. Man tötet es. Ja, mit einer Holzspitzhacker. Tötet es. Los, geh sterben, du Scheißvieh. Ich habe was zu essen, Alter. Ich werde es gleich mal mampfen. Hey, brate es doch lieber. Nur ich jetzt Kohle. Wenn ich jetzt sterbe, ist es deine Schuld. Ich habe doch noch Kohle hier. Na und, ich auch. Aber ist egal. Ich habe gerade noch 21, deswegen, ich habe ja Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich habe ja noch mal die Schuld. Ich habe ja noch Hotode. Ich habe ja noch mal. Vielen Dank.